So, mal gucken, ob unser Plan aufgeht. Wir müssen uns natürlich auch ein bisschen zurückhalten, ja. Nicht, dass der uns sofort überbrät. Wenn man so weiter Scheiße bauen möchte, wie gesagt, schließen wir los. Unsere Partei, nee, natürlich sofort alles. Oh ja, sieht zum Beispiel so aus, würde er jetzt Scheiße bauen wollen. So, und das lassen wir, Kollege. So, und tschüss, weiter geht's. Ab geht die Reise. Mal schon auf Distanz bleiben, Kollege. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, shit. Wer macht denn jetzt seinen Zaun defekt? Ja, da kann ich mich jetzt nicht drum kümmern. Ich werde doch mich verarschen. Ihr wollt mich verarschen, oder? Hör auf, da hinten. Lass das. Aus. Gemein. Wie ist denn eklig? Ja, toll. Alles wurde pausiert. Wisst ihr was? Dann kann ich den auch gleich betäuben. Ist das nämlich an der Stelle scheißegal. Zack. Zack. Der wird getäubt. Der am besten auch. Oh, die haben schon wieder überall alles aufgemacht, ne? Ihr seid so eine miesen, dreckige... Aufgabe erhalten. Kein Problem. Regel weitere Aufgabe fest. Anfrage bestätigt. Oh, ich hasse alles und jeden. So, ne, das brauchst du gar nicht zu machen, da ist gar keiner drin. Hö, hö. Regel weitere Aufgabe hinzu. Verstanden. Regel weitere Aufgabe fest. Kein Problem. Oh, der T-Rex ist wieder betäubt. Oh, der T-Rex ist wieder betäubt. So, dann können wir den da schon mal wieder hinpacken. Wie kann es das bei dem schon mal egal sein? Der T-Rex macht da oben immer noch Faxen. Was bist du für einer? Du bist der. Was hast du in dem Gegenzug zu suchen? Macht nicht da ab. Das ist eigentlich irgendwas kaputt hier am Zaun. Ne, das ist alles heilig. Bestätiger Aufgabe. Oben ist alles im Arsch. Können wir aber noch machen. Neuer Tag, neue Show, neuer Auftrag. Können wir machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ein Genom ist. Aber wenn es neu ist, gefällt es mir. Also, ist das neu? Ja? Das ist so ein Klappsparten, Alter. Ich glaube, er ist ein richtiger Klappsparten. So, Oxalaya. Da rein. Ach, hier und er ist brav. Stopp, Jungs. Stopp, Jungs. Stopp, Stopp, Stopp. Stopp, der macht gar nichts. Den können wir in Ruhe lassen. Alles cool. So. Da läuft die Zeit weiter. Unruhig, der ist was, Kollege. Unruhig. Mach halt weiter Faxen. Wo haben wir jetzt alles? Der liegt da schön im Weg, Digga. Ja, fahr ich wohl über dem Fuß. Das hat er verdient. So ein Affen, Alter. Oh, Alter. Wenn wir schon von Akten reden. Glückwunsch. Was hast du jetzt erreicht in deinem Leben, ha? Sehr ehrlich. Eigentlich nüscht. Okay, wäre der auch ein Biss, Alter. Was ist da hinten kaputt? Da hab ich gebraucht. Das wäre eigentlich auch scheiße toll. Ich sag. Boah, der muss nur Angst haben. Dann sollte er hoffentlich keine Scheiße anstellen. Außer Leute umbretten. So, was war jetzt hier oben? Der Zaun war noch im Arsch. Das ist ja auch eine jahrechte Haltung. Alter. Mein Gott. Kann ich keine Route finden? Kann ich keine Route finden. Ist jetzt aber frech. Ist denn hier ein Schmutzquartier? Da hinten. Ich glaube, wir uns einfach mal... ...wenn ich gar nicht, wo ich langfahren muss. Ich kämpfe mich mal nicht aus in meinem eigenen Fahrrad. Ich glaube, irgendwo hier runter oder so. Ups. Ich muss auf und Schlängelwege immer zu bauen. Brauchen viel zu lange, bis ich irgendwo ankomme. Ganz schlimm, Alter. Das habe ich wohl. Ich bin nämlich ein ganz fein Bängel, bin ich. Mhm. Guck mal, er hat es beruhigt. Ach, ist ja schön. Er ist immer noch hungrig. Was dein Problem ist? Er ist immer nur am rummeckern. Oha. Oha. Vor allem sind wir bald durch mit dem Gämmel, die ich gerade... ...so arbeiten wir in der Unterhaltungsabteilung. Dann kommen natürlich noch die ganzen T-Rex. Klar, Wissenschaftler holen sie aus der Vergangenheit zurück. Aber wir zeigen sie der Welt. So, Giant Moore. Höllisch guter Job. Höllisch guter Job. Ich kenne die Anziehungskraft des T-Rex. Ich verstehe das schon. Aber wenn Ihre Show einmal schief geht, dann... Naja, Sie wissen, was dann passiert. Zweifeln Sie dran? Fragen Sie mal Ihren Freund Dr. Malcolm. Giant Moore. So. Hier gibt es so viel Bullshit, ne? Müssen wir uns alle irgendwann holen. Junge, friss doch einfach irgendwas. Was, du hast Fressen verlernt oder sowas? Muss ich dich jetzt irgendwie per Hand füttern? Also, was machen wir hier? Da braucht ich da Geld rein. Ich weiß nicht mal, ob der T-Rex sich überhaupt wohlfühlt in dem scheiß kleinen Teil. Vermutlich eher nicht. Aber der Gewinn pro Minute müsste auch langsam hochgehen. Hoffe ich. Perfekt, wenn die jetzt da reinfahren. Ja, er fühlt sich nicht ganz wohl. Alter, füll doch einfach auf. Du Atze. Das ist etwas, was das Problem ist. Aber auf jeden Fall ein Foto von dem Moment, wo er frisst. Schickes Bild. Ich war jetzt eigentlich bewusst kaputt machen lassen von ihm. Ich freue mich. Wir werden ihn verkaufen. Nicht mal 100.000, ich checke es nicht. Es gibt Dinge, die sind mir einfach ein Rätsel. So. Dinos wollte ich züchten. Große Dinos. Beliebte Dinos. Beliebte Dinos. Das hier zum Beispiel. Und Mapu wollte ich auch haben. So. Transport im Gange. Jetzt geht das hier auch mal langsam voran. Ist ja schrecklich, wenn das immer nur rumhakelt. Oh, wenn wir ehrlich gesagt sehr langsam vorankommen, nur. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich weiß nicht mehr Fleisch was auch. Ach, ich weiß es nicht, Leute. Ich sehe immer nur irgendwelche Pflanzenfresser, 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 Pflanzenfresser. Bock nicht so. So, wie sieht es hier aus? Ist bisher gut. Toi, 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 dass es so bleibt. Irgendwie ein alter Mann, weil ich das gesagt habe. Toi, 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 alter. Man kennt's. Bin mir bloß am überlegen, ob ich das Let's Play hier pausiere. Und mit Ark weitermache. Wir haben ja auch schon wieder was Neues raus. Weiß ich aber noch nicht. Weiß ich wirklich noch nicht. An eurer Stelle bin ich da weg. Ich meine das ernst. Hier müsst ihr auch nicht weg, ne? Das war nur ein guter Ratschlag. Sehr gut. Awesome. Mega geil, alter. Ich habe genau die zwei bekommen, die ich nicht mehr brauche. 2 x 4. Das ist geil. Stralo Venator. Komm, wir haben es jetzt einfach alles hier unten. Zack. Was willst du sonst machen, ne? Wir erforscht jetzt langsam einfach mal alles, was wir hier haben. Und ich möchte unbedingt sehen, wie viel man hier kriegt. Das müsste uns ja auf 60 bestimmt bringen, oder? 60 sollte drum sein. 2 x 10. Ja, ich glaube schon. Jetzt bin ich gespannt. Ob ich mit meiner Prognose hinkomme, oder nicht. Na, sogar ein bisschen mehr. Geil. Geil. Neues hier. Ja, hier hinten. Holen wir uns einfach. Weil was können, tun wir es einfach. Auf den freue ich mich auch schon. Ich bin ja Sau ausgenommen. Indoraptor genommen. Ach du Kacke. Wie soll ich das denn noch machen? Oha, 63. Da war ich gar nicht mal so weit entfernt mit der Prognose. Geil. So ein Herbiborenpark könnte man aber auch machen, ne? So als Thema. Themenpark. Oha, der frisst gerade. Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Los. Jalla, jalla. Fotografieren. Zack, reicht das? Keine Ahnung. Rückwärts, 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 rückwärts. Der frisst nicht mehr, ne? Oh, du Bastard. Oh, du elendiger Bastard. Das werde ich dir jetzt auf Ewigkeit böse nehmen. Oh, aus dem Weg. Aus dem Weg. Los, friss. Friss. Ich werde jetzt hier wie so ein Paparazzi campen, Alter. Ich habe Zeit. Ja, er liegt sich schlafen. Du dämlicher Hornochse. Du gottloser Panzer, Alter. Oh, habe ich das fixen eingelesen? Oh, ja. Das gefällt doch. Wir können eigentlich gleich mal hier gucken. Lassen wir erst mal den hier frei. Für den hatten wir ja schon mal ein Gehege. Kennen wir ja schon. Aber ich weiß nicht mehr, welches Gehege der gehört hat. Weitere Aufgabe du bist. Stoam. Alle in ihrer Gehege. Jetzt frisst er, ne? Er geht auch schon strax aufs Essen zu. Dich kriege ich. Dich kriege ich, du Sau. Oh, ja, warte. Was vielleicht den längeren Schwanz, aber ich habe das größere Gehirn. Ach, die Mission ist scheiße, Digga. No, Fressen ist da. Jetzt frisst er auch, Kollege. Steck mich jetzt hier. Ja. Meine Damen und Herren, bitte begeben Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit zum nächsten Schutzraum. Liebe Gäste, wir möchten uns für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen. Ich glaube, ich werde die Mission niemals abschließen. Reparaturanfrage bestätigt. Bestätigt. Zum Glück war das ein schwacher Sturm, Alter. Er reagiert auf Reparaturanfrage. Einverstanden. So. Ich war der Meinung, dass der hier drin gelebt hat und sich hier drin wohlgefühlt hat. Aber der letzte ist ja auch ausgeboren. Das weiß ich nicht, Digga. Ich weiß es nicht. Muss mal gucken. Wehe, du frisst es jetzt. Oder hast du jetzt schon? Noch nicht. Da will ich aber Tamm-Tamm machen, Alter. Wie der frisst, ohne mir Bescheid zu sagen. 6ix9ine. So, sonst noch irgendwer, der irgendwas braucht. Die sind langsam in Bedrängnis. Was das Fressen angeht. Da muss man jetzt langsam mal Dalli-Dalli machen, ne? Ich bin mir echt unsicher, ob der sich hier wohlgefühlt hat. Kann wie gesagt sein, dass das ein anderer war. Das weiß ich nicht. Produktzustellung bestellt. Nee, hier war es nicht. Einverstanden. Ich fahr schon mal den hier einfach wieder um. Wer hat doch immer da auch nicht mehr Grasland. Scheiße. Grasland gibt's höchstens, wenn ich das hier wegreiße, den Weg. Der wird's hier auch niemals wohlfühlen. Shit, scheiße. Wie mach ich das? Oh, hier kann ich den Weg wegreißen und den Berg ein bisschen terraformen. Weil ich den Berg eigentlich ganz geil fand. Unterwegs, um Produktein zu suchen. Einfach hoffen, dass das reicht. Wir lassen den Mapu mal noch nicht frei. Da warten wir mal noch ein bisschen ab. Reagiere auf Nachschubanfrage. Scheiße. 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 Da weiß ich es gerade echt nicht, wie ich es regeln soll. Bin ich leicht überfragt. Ich finde es gut, dass ich den hier kriege. Genau den möchte ich nämlich haben. Australo, wie Nator. Alter, ich denke die ganze Zeit, da sind es Arsch Dunkel draußen, ja. Weil es schon 18 Uhr ist. Dabei ist draußen noch die feinste, hellste Sonne. Ja, das wird nichts. Kann ich nochmal los schicken. Der wird's hier wahrscheinlich auch nicht wohlfühlen, ne? Ist ihm noch weniger. Mo natürlich auch nicht. Bis zum nächsten Mal.